moin leute und willkommen zu diesem neuen video auf meinem kanal wir spielen heute mit den blaulicht 6 little patlo und scene plays mit irgendwelchen leuten wir spielen heute tilted zone wars mal mit den und gucken wer gewinnt einfach starten rein so na es ist doch noch im creative mode was soll das um nicht behoben moin ja moin moin zu stoppen rein oder mit einmischen wir haben mit allen auch mit unterschießen so viel Spaß mit dem Sturm nie so scheiße die Wand der ohr hat er dabei auf n t t t t sich überfordert luka komme ich doch pushen ich werde eh gewinnt ne ich kann es ja genau deswegen gehe ich dich ja nicht pushen ach so du meinst ihn ist dein video gestartet äh ja klar t 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 ja was soll ich mit 33 api machen ich werde den team auf so gewinnen ja ich hab gar keine metz es war ein paar metz fahren bei mir genauso hier geht auch viel einfach krass ich bin aber schlecht in dem spiel du kannst wieder muss immer deine videos so 10 20 minuten ok zehn minuten mindestens da kann man die meiste werbung reinknissen das einzige was ich kann es bauen auf dem pc ja als ich einmal auf dem pc gespielt habe war das bauen auch meine größte Schwäche ich hab mir aus Versehen diese Waffe gegrabbelt wäre fast dann voll damage verreckt früher war ich übelst gut im Bauen mit dem Controller jetzt bin ich am pc und es ist übelst kompliziert egal Luca was machen wir hier gerade keine Ahnung ach tapé was war das keine Ahnung Digga der hat plötzlich nicht mehr geschossen da ist der Controller geflogen ne nur die Hand alles gut auch muss mich schon wieder einer pushen gehen wenn du es so tut wie ich bin so im Zendlich die zwei sind halt im Heim Herr ich habe halt einfach auf ihn was bringt sie dass er auch unterschied schießt aber dann landet auch noch da drauf heißt ich hab dort platziert alles gut ich gebe die Qualität hast aber keins mehr ich hätte ihn so leber sein so gelohnt hat war weiß ich nicht sonst wäre ich halt verreckt ja auch wieder tschüss man gönn gönn kommt hier ist einfach besser besser ey ey so wir라고 kr und oder söm es du Ich bin so am konzentrieren Jungs, ich kann nur 15 Minuten Ah, schade Nein Ich bin froh, dass ich eine Wand bauen kann Lukas, kannst du dich mir so gut bauen? Nee, ich kann nur Wand und Treppe Mehr gibt's nicht Weil die anderen Tasten sind so weit weg Ah, mach den doch Einstellung Als ob mir grad einer über mir ist Ey, Mann, oh mein Gott Wie war der 100er noch? Sehr schmackhaft für dich Sehr chillig Oh mein Gott Das war aber knapp Ja, ich hab' ich glaube noch gesnipet Sehr schnell runter Wer pusht mich? Wie hast du dich da reingebracht? Ich bin froh, ich bin froh Ich bin froh, ich bin froh wird nur der eine gewinnt. Der ist... Hä? Der Luca ist bei mir unsichtbar. Ich hab nur den Namen gesehen. Der war bei mir unsichtbar. Bei mir wurde nicht unsichtbar. Das ist halt ein Barking der Season. Versucht mal bitte nicht alle mich zu pushen. Ich push nicht. Aber wenn du bei mir spawnst... Ja... Na lass mich schnell abhauen, okay? Ja, ich bin nicht selbst schon weg. Ich push nicht, save mich. Ah ja. Aber ich soll abhauen, gell? Mein Guder. Er ist runtergefallen. Ich hab mich selber runter... ...geschossen. Das gibt erstmal einen negativen Kommentar. So, jetzt falle ich gegen... Digga, Ben neckt schon wieder... So war einmal neben mir. Das ist... Oh, meine Pappe... Oh, mein Pappe... Oh, ich fuß meine Pappe... ...dang ich fuß meine Pappe... Ja, richtig. Ach, Digga. Machst du gerade Tilo, Pia? Ja. Oh mein Gott, Digga. Auf einmal bin ich da. Ähm. Er baut überall, wo er nicht bauen soll. Chillig. Meine Mets schon wieder. Sieht gar nicht gut aus. Meine AP sieht gar nicht gut aus. Ich bin so tot. Wollen wir mal so irgendeine Challenge spielen machen, weil der gewinnt doch die ganze Zeit nur. Ja. Dann soll er nur mit einer Waffe spielen oder so. Der gewinnt trotzdem. Wir machen da eine Challenge. Ja, dann lass ich wenigstens mit zwei Waffen spielen. Der hatte doch gerade schon zwei Waffen. Äh, nein. Er hat trotzdem gewonnen. MP und Pump plus Heal noch. Ja, könntest du versuchen, aber es wird sich nichts ändern. Schia ist drin. Schia? Oh nee, gar kein Bock. Was für gar kein Bock. Warte mal. Oh mein Gott. Ich hab auch noch ein Rocket League Auto. 300er Ping, was ist das? Bin da. Ich hab auch nicht zwei Waffen dabei. Es ist halt blöd, dass man meinen Namen sieht, wo ich gerade bin. Sonst kann ich hier nicht campen. Was halt gar nicht Bock ist, dass andauernd irgendwer mitspielen muss von Ben. Zum Beispiel auf Schia hab ich gar keinen Bock auf diesen. Halt mal mal. Der Pianen bleibt aber trotzdem jeden auseinander. Das war ja klar. Das wusste ich doch. Okay, Hans-Peter, nächste Runde darfst du nur umkliften. Jetzt sterb ich an der Zone. Weil du mich eingefaut hast. Okay, warte. Das schaff ich nicht. Warum sind jede Runde meine Metz am Leiden? Weil du baust ohne Ende. Du schießt. Du baust mehr als du schießt. Egal, jetzt hab ich wieder 300 Metal schnell gefarmt. Okay. Ja, das war's. Was soll ich machen? Also Pia, die Runde, ähm, Pig-Ax and Teal. Ne, die Runde Only Pump. Ja, okay. Scheiße, ich klatsch' ich euch trotzdem. Ja. Du bist nicht anders als in Apex. Du klatsch' jeden, obwohl der, äh, ohne Waffen spielst. Jo. Ich versteh' das nicht. Wie machst du das, was du so schnell, halt, alles machst? Ja, er hat seine eigenen Settings. Ja, okay, Shihar ist beigetreten, gar keinen Bock. Ja, der ist schon lange beigetreten. Oh, komm, mein erster Kill. Eigentlich können wir Ben dann da jetzt auch kicken, weil der Typ ist ja eh im Spiel-Channel. Mit diesem Shisha. Ja, okay, Shisha auf mir. Oh mein Gott, let's go. Egal, es macht keinen Bock. Ja, ich wollte dich nicht, sorry. Alles gut. Ja, dann lass gleich einfach irgendeine Challenge im Trio oder so. Lass mal irgendwie, äh, Deathrun machen, das kann jeder. Er ist fast tot. Mann, ich auch. Ich hab kein Ehm. Oh mein Gott. 45 HP. Und ich fall runter, toll. Ey, das ist... Pia, Shia will ich mich wahrscheinlich eh holen. Ja, wow, Digga. Ich hab aber keinen Bock auf Shia. Ja, weil er zu gut ist. Nö, weil er mich einfach abfuckt. Weil er zu gut ist, er ist komplett schreif. Digga, der Typ fällt runter, ich geb den 6 Seiten, der verreckt. Ja, komm mal, Leute, wir machen jetzt ein Deathrun. Ja, okay. Da braucht man, da braucht man keine Skills. Ähm, nee, dann lass lieber Kim oder so. Ist immer noch besser. Oder wie gesagt, halt irgendeine Trio Challenge, da hätte ich mal Bock drauf. Ja, also das Video kommt dann so morgen, äh, ich glaub morgen so online dann. Ja, wer heißt da auf YouTube? Äh, so wie ich ein Spiel heiße, wenn das noch, ja. Ja, Lukas, der Gamer. Okay. Und seid ihr gelesen? Der Einer hat keinen Bock mehr auf uns, okay. Äh, ich hab den gekickt. Hä, wieso? Ja, mein Typ eh jetzt. Der Typ hätte eh... Ich muss erstmal gucken, wo meine Bautaste ist. Ich hab hier nur Lukas, Gamer. Ja, Lukas, der Gamer, ja. Lukas, unterstrich, Gaming, Lukas, Gamer. Ja, Lukas, der Gamer, ja. Lukas, mit C, der Gamer. Zusammengestellt. Genau so hab ich's eingetragen. Nein, hast du nicht. Hast du irgendwie verschrieben. L-U-C-A-S-D-E-R-G-A-M-E-R. Genau so. Ah, okay, jetzt. Komm. Vor einer Stunde kommen wir hier raus. Team, Team. Äh, in das Trio oder so zocken. Also, wenn's jetzt hier der Richtige ist, dann müsste vor einer Stunde ein Video online gekommen sein, schaffen es drei No-Skins in Fortnite dafür zu überleben. Äh, ja, genau das. Ja, okay. Bist du auf TikTok aktiv? Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Hä, wirklich? Ja. Äh, woher? TikTok. Ja, was für ein Video? Oder was? Ja, von der Facecam her halt. Irgendwo hab ich das Gesicht schon mal gesehen. Ah, ist auch egal. Ja, ich mach TikTok. Kann sein. Okay. Wollen wir jetzt mal verlassen, weil das bringt hier nix. Ich bin schon lange in der Lobby. Ich auch. Ach so, ja, sorry. Ja, Leute, dann war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal.